Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Geben Sie ein Wackenlager. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Entfernen Sie den Fremschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Behandeln Sie den Bremsseln an. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verwenden Sie eine Drahtbürste. 12. Schrauben Sie die Leitkantel am Nr. H7. Verwenden Sie eine Drahtbürste. 13. Behandeln Sie die Leitkantel und die Leitkantel der Leitkantel am Nr. H7. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 14. Schrauben Sie die Leitkantel am Nr. H7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 15. Schrauben Sie die Leitkantel mit der Schrauben fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Teilen Sie dieses Video, wenn Sie es interessant fanden. AUTODOC empfiehlt, dass es die Leer Vielen Dank fürs Anschauen. Bitte schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie dieses Video hilfreich fanden. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.